Ist die rechnerisch wirtschaftlichste Batteriespeichergröße automatisch auch immer die richtige? Oder gibt es vielleicht noch andere Faktoren, die die Größe des Batteriespeichers beeinflussen? Wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht's los! Ja, Servus aus meinem Bastelkeller! Heute geht's ums Thema Batteriespeicher. Wie groß muss ein Batteriespeicher sein und warum bin ich da vielleicht anderer Meinung wie so mancher Wirtschaftskanal? Ja, ich muss jetzt ganz kurz ein bisschen ausholen. Das Thema Wirtschaftlichkeit bei so Batteriespeichern ist ein sehr, sehr heikles Thema. Und das nervt mich von Tag zu Tag mehr. Das muss ich an der Stelle erstmal loswerden. Warum nervt mich das? In sämtlichen Wirtschaftskanälen, die es überall so gibt, wird immer nur ein Batteriespeicher ausgerechnet. Ja, die einen machen das, wenn ich jetzt 10 Kilowatt Peak auf dem Dach habe, brauche ich einen 10 Kilowattstunden Batteriespeicher. Manche sagen dann irgendwo 50% von der PV-Anlage. Manche sagen, ich muss den Nachtverbrauch messen, um das Ganze wirtschaftlich zu machen. Ja, und alles hat irgendwo so seine Berechtigung. Ja, alles ist grundsätzlich nicht so ganz richtig und aber auch nicht so richtig falsch. Ganz, ganz böse ist immer, wenn der Batteriespeicher zu groß ist. Ja, gerade Wirtschaftskanäle sagen, ah, bau dir bloß keinen zu großen Speicher ein, das ist alles Blödsinn, das ist Verschwendung von Geld und was weiß ich noch alles. Ich sehe das anders. Ja, und ihr erfahrt heute, warum das so ist. Hat alles irgendwo einen technischen Hintergrund. Fangen wir mal ein bisschen an, ja, was ist das Problem bei einem zu kleinen Batteriespeicher? Ja, also ich habe jetzt da so vier Gründe, die ich da irgendwo gefunden habe, ja, und einer der Gründe ist zum Beispiel die Zyklenzahl, beziehungsweise die Lebensdauer von so einem Akku, ja. Warum ist das ein Problem, ja, jetzt gehen wir mal davon aus, ich habe eine relativ große Photovoltaikanlage, bin aber recht sparsam, ja. Das heißt, ich habe jetzt irgendwo so 10 bis 15 Kilowatt Peak auf dem Dach vielleicht, ja, bin aber relativ sparsam, habe kein E-Auto, keine Wärmepumpe, keine Brauchwasserwärmepumpe. Ja, und dann reichen mir theoretisch so drei bis fünf Kilowattstunden als Batteriespeicher, um die Nacht zu überbrücken. Alles schön und recht, ja, zum Beispiel auch mein Schwiegervater hat sowas. Alles gut, alles funktioniert erstmal soweit. Wo ist da jetzt das Problem? Ja, das Problem ist jetzt folgendermaßen, Leute, und das vergessen viele. Ein Batteriespeicher hat eben nur eine begrenzte Zyklenzahl, ja. Auch wenn manche sagen, ja, da habe ich eine Garantie drauf, schön und recht, aber die Garantie hält bestimmt nicht 10 bis 15 Jahre, und wenn, dann muss man halt auch meistens mehr zahlen, ja. Die Lebensdauer bei so Lithium-Ionen-Zellen, ja, sowas zum Beispiel, wie es bei den meisten Batteriespeichern immer noch verbaut ist, hängt eben stark davon ab, wie viele Zyklen ich auf den Akku fahre. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel Vollzyklen. Das heißt, wenn ich jetzt einen sehr kleinen Batteriespeicher habe, ja, dann kann es, äh, dann ist es wirtschaftlich natürlich schon gut, wenn ich den jeden Tag zu 100% auflade und über die Nacht 100% entlade. Ja, machen ja manche, ja, dass der in der Früh 0% hat, ja, und dann am Tag wieder geladen wird. So, das ist ein Vollzyklus. Und Vollzyklen sind nicht so gut für die Lebensdauer, muss man an der Stelle auch mal sagen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal einfach nur in den fiktiven Zahl, 1000 Vollzyklen ist der Akku angegeben, dann heißt das nicht, wenn ich den Akku jetzt 50% nur entlade, dass er dann einfach dann 2000 Zyklen hält. Das ist eben nicht so, ja, der hält dann 3, 4, 5000 Zyklen. Das ist eben nicht linear. Das heißt, es macht schon auch Sinn, den Akku etwas größer zu wählen. Allein von der Lebensdauer, beziehungsweise von der Zyklenzahl. Der nächste Grund, ja, den ich irgendwo so gefunden habe, ist die Ladeleistung, beziehungsweise die Endladeleistung, ja. Gehen wir mal davon aus, wie ich vorher gesagt habe, man hat eine relativ große Photovoltaikanlage, ist recht sparsam. Ja, jetzt hat man gerade in den Übergangszeiten, ja, so, ich sage es mal, September, Oktober, ja, rum, ja, über Winter auch von mir raus, hat man öfter mal so ein, zwei Stunden Sonne am Tag, vielleicht auch mal drei Stunden. Dann ist das schon eine recht hohe Belastung für so einen Akku, wenn der natürlich in diesen zwei Stunden natürlich logischerweise auch voll werden soll. Ja, ich will ja das Maximale rausholen. Das nächste ist aber das, diese kleinen Akkus haben meistens nicht so die hohe Ladeleistung. Das heißt, den Akku bekomme ich in diesen ein, zwei Stunden nicht voll. Und wenn, dann geht es wieder auf die Lebensdauer. Das heißt, nehme ich jetzt einen Akku, der etwas größer ist, ja, dann kann ich den mit einer größeren Leistung beladen, ja, natürlich bringe ich dann auch nicht mehr in den Akku rein, aber dem Akku schadet das weniger, ja, darf man nicht vergessen an der Stelle. So, was haben wir noch, ja, auch ein weiterer Punkt ist der Wirkungsgrad, beziehungsweise die thermische Belastung von den Zellen, ja, sieht man jetzt hier schon, das ist so ein kleiner Akku aus dem Modellbau, ist nichts anderes, wie zum Beispiel in so einem, ja, so einem Hausspeicher irgendwo drin ist. Diese Zellen werden beim Laden warm oder können warm werden, je nachdem, wie stark ich sie belaste. Und jeder, der bis hierhin in Physik aufgepasst hat, weiß, ja, wenn was warm wird, habe ich Verlust, ja. Natürlich haben die Akkus Lüfter drin, die werden auch gekühlt, ja, aber ich habe einen Verlust. Das heißt, lade ich so einen Akku langsam, ja, habe ich einen besseren Ladewirkungsgrad, darf man nicht vergessen. Und darum braucht man sich auch nicht wundern, wenn manche halt extrem schlechte Wirkungsgrade bei solchen Akkus haben, ja, habe ich zum Beispiel bei meinem Akku nicht. Das heißt, erstens mal habe ich den Akku eine, oder belaste ich den Akku deutlich mehr durch die Hitze, das ist nicht gut für den Akku. Und natürlich sinkt auch der Wirkungsgrad von dem ganzen Ding. So, dann der letzte Punkt, der auch noch für einen größeren Akku spricht, ist die Zukunft, ja. Man glaubt es kaum, aber die Technik schreitet voran, ja, und in Zukunft werden einfach mehr PV-Anlagen irgendwo in Deutschland sein, ebenso auch mehr Windkraftwerke zum Beispiel, ja. Das heißt, so Sachen wie Tipper, das jetzt langsam erst kommt, wird, davon bin ich überzeugt, in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen. Da bin mir ziemlich sicher. Das heißt, habe ich jetzt einen Batteriespeicher mit 15, 20 Kilowattstunden, ja, irgendwo drinstehen, kann ich auch, wenn der Strom zum Beispiel nachts günstiger ist, weil viel Wind weht, ja, kann ich den Akku auch laden. Natürlich habe ich Ladeverluste, ja, das ist richtig. Natürlich habe ich Ladeverluste. Aber trotzdem ist der Strom immer noch günstiger, als würde ich den Strom einfach so einkaufen, ja. Das wird mit ziemlicher Sicherheit in Zukunft auch kommen. So, wie gesagt, das sind jetzt meine Gründe. Wenn euch noch was einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare, weil ich vergesse auch immer viele Sachen, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich hasse so, da ist Diskussion, wenn man sagt, okay, ich nehme einen Batteriespeicher aus wirtschaftlichen Gründen so und so groß. Es sind schon so viele Akkus kaputt gegangen, ja, und auch Akkus oder Batteriespeicher, die eben überlastet werden, ja. Alles, was warm wird, ist grundsätzlich einfach scheiße, muss man an der Stelle mal sagen, ja. Und wenn ich dann höre, irgendwelche Leute mit 20 Kilowatt Peak und dann haben sie dann so einen 3-5 Kilowattstunden Batteriespeicher, der wird jeden Tag geknechtet, ja. Da schaltet man den Ofen irgendwo ein, wird der leergezogen, wenn irgendwo eine Wolke irgendwo kommt und eine halbe Stunde später ist die Wolke vorbei und der Akku wird wieder vollgeknallt. Das ist nicht gut für die Zellen, definitiv nicht. Also, was ich damit jetzt sagen will, es ist nicht immer die wirtschaftliche Seite die beste. An das muss man auch denken an der Stelle. Wie gesagt, war jetzt ein schnelles Video, ja, wenn euch noch was dazu einfällt, schreibt es gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, sieht man sich wieder im nächsten Video, macht es gut. Ciao, ciao.